Nimm einfach auf, alter. Ja, das ist mir auch wieder, ja. Warum lachen wir? Weil ich die Aufnahme gestartet hatte und dann du so, nimm einfach auf. Achso, oh, so. Ah, scheiße. Ja, also. Shut up in, begin to. Aufnehmen. Ja, wir sind jetzt, wir haben jetzt leicht durchgemacht, komplett, ja. Weil wir einfach so stylisch sind und es einfach nur können. Ach, wir können es uns in stylisch, seit wann das ist. Ich furchtet hier erstmal schön hier, so. Ah, befreiend, ey. Voll in mein Gesicht, Alter. Also, jetzt kommt der erstmal dunkle Schacht auf dem Mittel, das ist das erste Level auf dem Mittel. Eigentlich leider der tiefe Schacht, aber. Oh mein Gott, Lades Green. What the fuck, Lades Green? Nein. Lades Green des Todes. Überspring das, das haben wir schon gesehen. Zwischensequenz des Todes, haben wir das wirklich schon gesehen? Nein. Jetzt hör auf, wenn man you don't say oder so zu sagen, weiß ich noch nicht. Sollen wir keine Türme bauen, oder? Sollen wir Türme bauen? Achso, ist das jetzt auf dem Mittel, oder? Das ist jetzt auf dem Mittel. Nice. Das baggert nur doch. Bis Moritz dahinterkommt, sind schon alles, äh, sind schon alles, ist schon alles machen. Ah, ist gut. Äh, guck mal, meine Aura. Ach, Mann, ihr seid doof. Es gibt hier nur vier und die geben nur 40. Och, Mann. Oh, meine Aura ist voll fett, Alter. Ich brauch keine Fallen, um abzuruschen. Wisch, auch hier ist so schwer mit den fünf Eingängen, ey, ja. Im Moment sind sie ein, Bro. And nothing else matters. Hör auf zu singeln, bitte, bitte. Alter, schon mal was von Joke gehört und Sarkasmus und warum sind die Gegner hier so easy? Weil sie noch das erste Level ist. Genau. Und weil sie noch auf leichtem Niveau sind. Mann, Mann, hat das nicht weg. Warum killt ihr eigentlich alle und ich kill gar nichts? Weil wir es einfach können. Es hat nichts mit Skiz und ich habe vier Mana, wow. Wow. Ich übertreib' ja nicht. Jetzt wird's auch mal eine Kiste haben. Ja, natürlich, ihr schlappens dann wieder alle weg. Ich rasch gleich aus, Alter, ich schwör. Ich rasch gleich aus. Ich rasch gleich aus. Ich rasch gleich aus. Okay, Anthony, das ist dein Aufgang. Ja. Und Moritz bewacht halt oben, also wenn die Gegner von oben kommen. Nein. Dings sind rechts oben kommen auch zwei Türen und das kommen nur die Großen raus, okay? Nein, das mache ich jetzt. Ich habe gar keine Gegner gekriegt vor Euren. Ich habe gar keine... Boah. Ein Hoch von Schicksal. Ach, fickt euch einfach. Ah ja, Flucht der Karibik oder was? Ja, Klammer. Meine Gegner, meine Gegner, meine Gegner. Meine Gegner. Meine Gegner. Ich verstehe, ich habe mal Kampf. Ja und, ich kriege Schaden, ohne dass wir dem was anrichten. Ich mache einfach gar nichts mehr. Das halte ich für eine gute Idee. Damit meine ich, dass ich jetzt gleich das Spiel lief. Ah ja, gut, das ist jetzt eine weniger gute Idee, aber... Ich meine ja bloß. Hör auf zu meinen. Ich weiß gar nicht, wieso wir Türme bauen, die kommen eh nicht so weit. Mach ehrlich. Ja, ehrlich. Unehrlich. Nee, ganz ehrlich. Zieh mir ehrlich. Ja, ich bin ehrlich. Partiziell. Und diesmal sind das hier meine Gegner, okay? Ich hatte nämlich noch gar keine. Doch, da hatte ich schon welche. Nein, ich hatte null. Was steht rechts unten? Dann halt denke ich, da hole ich mir halt den Ort hin. Äh, ja, jetzt habe ich welche wegen, wegen meinen Dingern. Wegen meinen Drachen da. Aber, ja, okay, alter, ich verpiss mich jetzt. Nur weil ich mich draufweiz, aber das sind sie übrigens doch unverwundbar. Alter. Na gut. Ich bin wenigstens noch in der Lobby. Nö. Also ich meine, ich bin in der Skype-Brand-Biel. Na, ich denke schon. Na gut. Wir schaffen es auch alleine. Ist ja auch so schwer. Ich meine, ich brauche hier auch nur die Upgrade für nichts und wieder nichts. Ja, eigentlich schon. Ja, neul, der spielt GpA. Der hört sich. Tut mir leid, dass du jetzt wegen uns GTA sagst. Tut's dir nicht? Doch. Ja, ja. Fickt euch. Ich würde ja gern, aber... Ich weiß nicht, wie es geht, selber sich zu ficken. So was, ihr seid scheiße. Dead Island aufbewahren. Oh, fick dich, du Negerkind. Ohne Scheiße, du keckst so eins aufs Maul. Ah, verpiss dich doch. Ey, du hast einen Turm verkauft. Ich hab auch einen verkauft. Sind wir quitt. Okay, wir tun einfach alles weg, ja? Ihr seid einfach nur richtig... Ah, das ist ja richtig, das ist ja eigentlich ganz ehrlich. Ihr riecht mich einfach nur so auf. Ich... Das ist... Mann! Einigen wir uns darauf, dass wir einfach alles wegtun, das macht viel mehr Bock. Was mach ich grad? Oh, fick dich so. Mein Mann, du Judenkind, du. Nein, jetzt mein Mann. Jetzt gibt's doch das Maul, Mann. Weil, ne Frage... Nein, ne Frage gibt's auch. Ich glaub nicht, dass viele... Ich glaub nicht, dass viele Zuschauer es lustig finden, wenn du irgendwie über die Juden oder Neger herziehst. Ganz ehrlich, als ob es hier irgendwelche Juden oder Neger geben würde, die ist dann schon. Das war jetzt auch richtig beschwissen. Das war notwendig. Nein, nein, eigentlich ja nicht. Eigentlich ja schon. Nein, eigentlich ja nicht. Eigentlich ja schon. Nein, 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 nein. Warum nicht? Weil es einfach nur unnötig ist, Lernst. Nö. Sieht nicht. Alter, was ist das denn, Feuerding? Fick dich so. Ja, ich hab' gedreht. Ja, ich hab' mir gebraucht. Ich kenn' einfach der Wäsch. Ich kenn' einfach der Wäsch. Ich bin einfach so gut. Ich bin einfach so gut. Als ob es jetzt nötig gewesen wäre, den Kristall und die Spieler zu heilen. Ganz ehrlich. Ich hab' schon bekommen. Ich hab' schon bekommen. Ja, ich hab' schon bekommen. Ja, ich hab' schon. Schlecht. Was, Mann? Der eine Dinger da, der hatte, ähm, Feuerschadenimmunität und deshalb. Och, Mann. Was machst du grad bei GTA? Mich anmelden. Bis später, oder? Boah, Alter. War schlau. Alter, das waren meine Gegner. Nichts, deine Gegner, meine Gegner. Unsere Gegner. Moritz war mir nicht mehr. Ja, ganz ehrlich, ich hatte nie welche. Du hättest ja einfach die Fragen können, du bist aber gleich ausgerastet. Mhm. Mhm. Wie bitte schön. Ah, wisst ihr was? Ich hab' einfach nur keinen Bock mehr, Alter. Nein, das Level ist ja schon zu Ende. Mhm. Mhm. Die Lache dazu vor allem. Alter, wie so bist du schon wieder aufgestiegen. Weil ich es einfach kann. Alter, du bist ja. Ich brauch' noch 10.000, äh, Erfahrungspunkte. Ja, ich brauch' jetzt 30.000 für die nächste Stufe, also von dem her. Ja, das ist ja... Ja, das ist ja... Bei deinem dumm Turm echt. Hey, ich wär's total. Einmal, zwei, sieh. Der Kristall würde nie gekült. Nö, warte, schau mal. Wieso warst du jetzt der wertvollste Spieler? Ich fand mich viel wertvoller LOL Dich halt sind nur so 56 Kills und du gleich mal 107 Soviel zum Thema Ja, die Chance Nö Dafür hast du mehr Schaden erhalten Ja, von dem einen Du hattest ein Abwehrkiller Ohohoho Übertreibvoll Einer Alter Alter Loll, wenn du mal bei Feinden guckst Moritz hat echt keinen Einzigen umgebracht Sorry, Bro Hausmeister Schießmütig 28 Minuten für das Level Guck doch mal, hier bei Wellen, ganz unten Wir haben 28 Minuten gebraucht jetzt 28 Sekunden Ja, das sind Sekunden Doch, guck doch, geh auf Übersicht und dann da Zeit Kampf 3 Minuten Bauen 3,5 Aber wieso Wieso steht hier jetzt Achso, Welle 1 28 Sekunden Find ich blöd Keine Antwort Keine Antwort Ach, 30, 30, 40, da ist er geragequilliert 41 Und das war's Äh, wo sind meine Auszeichnungen eigentlich? Ich will meine Auszeichnungen sehen Wo sehe ich die? Helden und dich anklicken Äh, bin ich schlau Das hab ich gewusst Ritter Unsterblich, dreimal unbesiegbar Zweimal Hausmeister Einwandfreier Sieg Der erste Kill Mechaniker Revolverheld Ritter Ritter hab ich zweimal Moment, aber dafür hab ich zweimal Hausmeister Ich hab dreimal Hausmeister Aber ich hab zweimal, äh, dreimal unbesiegbar Unbesiegbar Ah, scheiße Ich hab zweimal unbesiegbar Ich hab unsterblich Ich hab Stratege Die meisten Turmtode Verdient das Meister Maler Schieß wütig Ähm, als erster Kampfbereit Dann dreimal Hausmeister Chillax Bewegt sich innerhalb der Welle am wenigsten Bis später Einwandfreier Sieg Kein Schaden am Kristall nach der ersten Welle Hat die meisten Spiele Kills Wertvollster Held Aha, wer kann's natürlich mal wieder Erste Kill ist zweimal Wertvollste Spieler Die meisten Gesamtkills Und sieben mal Hallo Hey, hey, Bernd Ja, was? Ich hab die eiskalte Idee Wir machen jetzt mal so, äh, so ein Über-Pro-Level Mit unsern, äh, unseren Über-Haken-Held Sollen wir? Ja, Mann, das machen wir Okay Das wird jetzt ein Special Davor kommt aber ein Schnitt, okay? Jo Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal Tschau Tschau Vielen Dank.